Alexander Lukaschenko, der belarussische Präsident und enge Verbündete von Wladimir Putin, kommentierte die jüngsten Änderungen der russischen Nuklearwaffenpolitik und erklärte, dass diese längst hätten umgesetzt werden müssen. In einem Interview sagte er, dass die westlichen Staaten bereits nukleare Signale aus Moskau erhalten hätten, noch bevor Präsident Putin die Änderungen offiziell ankündigte. Am 25. September erklärte Putin, dass Russland die Liste der Szenarien erweitere, in denen der Einsatz von Nuklearwaffen in Betracht gezogen werden könnte. Zu diesen Szenarien gehören nun auch glaubwürdige Informationen über einen massiven, grenzüberschreitenden Angriff, bei dem Mittel wie Flugzeuge, Raketen oder Drohnen eingesetzt werden. Ein solcher Angriff würde von Russland auch dann als Angriff auf eine Nuklearmacht angesehen, wenn dieser von einem anderen Land unterstützt wird. Diese Ankündigung war eine Reaktion auf Diskussionen in den USA und Großbritannien, ob der Ukraine westlich gelieferte Raketen zur Verfügung gestellt werden sollten, um Ziele tief im russischen Territorium zu treffen. Lukaschenko betonte, dass diese Nukleardoktrin schon längst wieder hergestellt werden sollte. Er verwies darauf, dass Russland bereits Ziel von westlichen Raketen werden könnte, besonders wenn der Westen die früheren nuklearen Signale von Putin nicht beachtet hätte. Der belarussische Präsident fügte hinzu, dass die neue nukleare Strategie möglicherweise den Eifer des Westens ein wenig beruhigen könnte. Die Anpassung der russischen Nukleardoktrin folgt dem Vorstoß, taktische Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren. Ein Schritt, den Russland und Belarus im vergangenen Jahr vereinbarten. Dies könnte als eine Eskalation der Spannungen in der Region verstanden werden, denn da insbesondere in Anbetracht der laufenden militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und der westlichen Unterstützung für das ukrainische Militär.